Der Rotsee-Husare, 25-Jährige ist die Musik und wenn man die Gründe etwas neuer anschaut, dann sieht man, wie unwahrscheinlich viel Arbeit dahinter ist, eine reine Männermusik. Ja, das ist ja so, das haben wir auch. Aber es gibt glücklicherweise in der FASA-Szenen und dann ist es eine reine Frauenmusik. Das ist ja das erste Mal eine reine Frauenmusik. Ob alle so rein sind, kann ich nicht sagen, aber sicher ist es eine Frauenmusik. Zwischendurch können sie natürlich nicht immer spielen, sie machen eher Brutus. Welche Stunden haben wir da ungefähr ein Scoop-Hool während der FASA? Kann man da nachher noch retten oder hat man solche Lippen, dass das unmöglich ist? Normal, wir können schon noch spielen, aber wir haben ja drei Tage zur Verfügung, 24 Stunden. Und wenn das nicht genügt, nehmen wir noch eine Acht dazu. Und dann könnte es schon sein, dass etwa die Glitte nicht mehr ganz gut gibt.